Kindergartenkind Prinzessin Charlotte, das erwartet sie Wie schnell doch die Zeit vergeht! Schon im Mai wird Prinzessin Charlotte Süße drei Jahre alt. Noch vor ihrem Ehrentag kommen auf die Tochter von Prinz William, 35, und Herzogin Kate, 35, die ersten kleinen Verantwortungen und Aufgaben zu, ab Januar wird Charlotte den Kindergarten besuchen und das dürfte für das Mädchen ein spannendes Erlebnis werden. Wie die Delma jetzt berichtet, wird die Schwester von Prinz George, IV, ab 2018 in die Wilcox-Nursi-Schuhe gehen. Das Institut, das sich in der Nähe des Kensington Palace in London befindet, koste im Monat schlappe 3500 Euro und betreue bereits jetzt zahlreiche kiezreicher Familien. In der Tagesstätte werden die Sprosslinge in Kleingruppen mit niedlichen Vogelnamen eingeteilt und von Tanz, Musik, Sprach- und Sportlehrern unter die Fettiche genommen. Außerdem lernen Charlotte und ihre Spielkumpanen in dem Kindergarten gute Manieren. Für ihre Leistungen werden die Knirpse sogar bewertet. Carlotes Eltern soll der Vorschulbesuch ihrer Tochter anfangs erleichtert werden, Mama Kate darf der britischen Zeitung zufolge in der ersten Zeit zum Spielen dort bleiben, während Papa William an einem regelmäßigen Väterfrühstück teilnehmen kann. Auch ein der Mini-Prinzessin bekanntes Gesicht ist im Kindergarten bereits vertreten, ihre Ohr-Oma Gwen Elisabethin. 91, hängt angeblich als Porträt an der Wand. 52, hängt an Bis zum nächsten Mal.